Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümpfen. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Doch gut, sodass wir ein blutiges Papp erreicht. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hesh, Slogan. Ah, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Fairless wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich wollte dich nicht wecken. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ. Wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Roger. Wir sichern den Ausgang. 2, 1, Ende. Wir sehen nach. Da durch. Gebt mir Deckung. Wally, tsch! Sicher, komm raus. Verdammt nah. Nimm die rechte Tür. Riley hatte wohl Hunger. Frisch hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. Flexer 1 Lagebericht. Neuner Tiere. Alles okay. Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelpunkt Silver. Wir kommen zu euch. Treffpunkt an der Mauer. Wir sind unterwegs. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Jo. Sergeant. Ist der Bereich sicher? So gut wie. Wir müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Riley, Riley. So. Hast du das gehört? Da ist jemand. Warte auf Riley. Greif dir das Ziel an. Sofort ausschalten. weiter. Ausfall. Der Gundotrower ist besser. Leinen, los! Da ist es für alles in der ground. Der Gundotrower ist besser. Föderationsteams. Diesen Monat schon fünf. 2-1, wir haben noch ein Föderationsteam entdeckt. Treffpunkt Ausguck. Wir müssen uns neu formieren. Verstanden, sind unterwegs. Riley, hier ist es! Heilige Scheiße. Lasst ihn in Ruhe! Ihr Land war so einfach wie ihr Leute. Sie gründen Zivilisten. Wir müssen da hin. Riley, los! Werde beschossen. Föderationsteam. Roger, Föderationsteam. Frag einen. Gib mir jemanden, der kommt. Attacke! Hier lang. Riley, folgt. An alle verfügbaren Einheiten. Kontakt mit der Föderation bei der Mauer. Brauchen Verstärkung. Werden angegriffen. Wir haben euch, Lima, Charlie. Rauchgarate. Sind unterwegs. Verstanden. Krüder Rauch macht hier unsere Position. Stimmt zur Mauer. Riley! Ich bin hierher Doktor. Ich bin hierher. Michelle. Gehen Sie mit der Falle in den Fuß! Wir sind in der Mitte! Sie sind in der Mitte! Reilly, run! Die Böse sind nicht grünen, aber auch! Die Böse sind nicht grünen, aber auch! Die Böse sind nicht grünen, aber wir haben auch ... Sie sind nicht grünen, aber auch. Komm schon! Reilly! Vorrücken und los! Los! Noch mehr Vögel! Hier lang! Riley! Logan, nimm einen Werfer und schalt die Vögel aus. Wir geben Feuerschutz! Ruhig! Ruhig! Riley, los! Logan, benutze die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten! Ziel ausgeschaltet! Sicher! Alles sicher! Corporal Davis, los ans Steuer! Roger, übernehme den Transport! Logan, du überwachst von hinten! Logan, du übernehme den Transport! Und er sagt, er steht, wenn er in der Tiefe nicht mehr erhielt. Ich wusste, aber da muss er in der Tiefe nicht mehr erhebben. Wo dass der Hechte nicht mehr erhaften, können wir helfen? Wer ist noch so, dass es da ist? Wer ist noch so, dass der Hechte nicht mehr erhebt in der Tiefe nicht mehr, Wer ist noch so, dass der Hechte nicht mehr Erste? Er ist noch so, dass der Hechte nicht mehr erhebben, Achtung, Aukon und Angriffe durch die Vöderationen wurden alle Versorgungsrationen bis auf weiteres eingestellt. Wiederhole, alle Versorgungsrationen wurden alle Versorgungsrationen eingestellt. Achtung, Aukon und Angriffe durch die Vöderationen wurden alle Versorgungsrationen bis auf weiteres eingestellt. Riley, bleib! Wiederhole, alle Versorgungsrationen wurden bis auf weiteres eingestellt. Los, finden wir den alten Mann! Dad, ich habe von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Dad, Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben Sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hör zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. ENDE Untertitelung des ZDF, 2020